Ein Hallo, hier von Nürnberg. Vielen Dank. Ja, der Blick Richtung Südausgang. So, hier der Blick aus dem ersten Probegeschäft in Richtung Mittlerer Halle. Beziehungsweise dem Reisezentrum. So, hier ein schön geschmückter Weihnachtsbaum. So einzelne Läden sind auch hier geöffnet. So, hier ein schönes Mal. 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 So, hier die Osthalle. Oh ja, ein Blick auf den Bahnhofsvorplatz. Ein Grand Hotel. So, jetzt noch ein paar Nürnberger Wurstchenungen und dann gehts weiter. So, hier auch nur einzelne Geschäfte unten. So, da ist das abgesperrt. Im Reisezentrum auch nicht so viel los. So, und hier gehts dann zu den Zügen in sämtliche Richtungen. So, das war's dann hier vom Nürnberger Hauptknopf. Ich wünsche euch immer einen schönen Tag, bleibt mir alle gesund und bis bald. Ich glaube auch nicht so viel zu sehen. Vielen Dank.